Lachen macht das Leben schön, jetzt ist gleich soweit. Herzlich Willkommen, herzlich Willkommen zur Theaterstabeltzeit. Herzlich Willkommen, herzlich Willkommen zur Theaterstabeltzeit. Die Theaterstabeltzeit. Anna! Ja! Wo bleibt denn der Kaffee? Du wärst das da warten können. Ja, ich hab ja bloß gefragt und ich hab's ja bloß gesagt. Heut bist du wieder freundlich. Passt ja was nicht. Ich hab ja bloß gesagt, da hast du deinen Kaffee. Dankeschön. Bitteschön. Auwe. Dünn ist er heute wieder. Sehr dünn. Der ist genauso dick wie immer. Tja, im Übrigen, dass du's weißt. Heut Nacht hast du wieder geschnarcht, als wie ein Holzfäller, der mit der Motorsäge unterwegs ist. Ich hab nix gehört. Da sieht man's mal. Umso älter du wärst, umso dümmer wärst. Seit wann hört man sich denn selber beim Schnarchen, hä? Mein Gott, nein, du musst halt in die hintere Kammer reingehen, dann hörst du mich nicht. Na, na, du gehst in die hintere Kammer, weil du schnarchst, nicht ich. Ach, gewei, da hab ich doch gern. Oh, Bräule, so weit kommen's noch. Herr, schau, zeig ihn noch einmal. Der schrickt mich doch nicht, der wär so. Sag einmal, wo bleibt denn der Giergel heute mit den Semmeln? Ja, ich kann diesen Kaffee nicht so trocken runtertrinken. Dir hat's ja so pressiert mit dem Kaffee, ne? Sag einmal, bist du heute überhaupt schon gewaschen? Ha? Nein, braucht's nicht, kommt sowieso keiner. Das halte ich nicht aus bis an mein Lebensende mit dir, das sag ich dir. Puh, hätt's geheiratet, dann hättest du jetzt einen Mann, mit dem du es aushalten musst. Aber ob das besser war, das frage ich mich. Warum warst du denn du nicht geharrt? Weil es auch keinen gekriegt hat, gell? Oh, oh, von wegen keinen gekriegt, gell? Um mich, um mich haben sie sich gerissen. Jawohl, gerissen haben sie sich um mich. Ich wollte halt einfach keinen. Heute warst du nicht mehr so wählerisch, gell? Heute würdest du dann jeden nehmen. Doch schon eher du, oder? Oh, 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 jetzt brauch ich auch keinen mehr. Ich auch nicht. Na ja, dann werden wir wohl beieinander bleiben müssen. Bis zu unserem bitteren Lebensende. All wenn noch besser ist, wird ganz allein. Aber weißt du, was ich da sage? Waschen und frisieren, das darfst du jetzt aber dann trotzdem, gell? Ah, das wird jetzt der Gürgel mit den Semmeln sein, gell? Aha. Jetzt kommt er daher, wo ich mit meinem Kaffee schon fast fertig bin. Sei doch froh, dass er es uns überhaupt noch bringt. Als Geselle muss er das gar nicht mehr machen. Hat er uns als Lehrbuch die Semmeln gebracht, kann er es uns als Geselle auch. Und jetzt sag schon mal herein, damit ich zu meinen Semmeln komme. Sag doch mal, wie lange lässt du mir jetzt nur draußen stehen, ha? Ja, geh weiter. Komm rein. Geh doch. Das haben wir gebraucht. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich den schönen Damen. Geh nicht fräisch werden. Das gefällt mir. Da will man der holten Weiblichkeit ein Kompliment machen, dann ist auch wieder nicht recht. Brummelt nicht vor dich hin. Von so einem Lausbuben, wie du, wenn du bist, lassen wir uns nicht auf den Arm nehmen. Ich bin kein Lausbue, gell? Ich bin Geselle und das heißt ein vollwertiges Mitglied der Erwachsenengesellschaft. Also ein bisschen mehr Respekt, wenn ich bitten darf. Ja, da. Aber, um noch einmal auf das Arm nehmen zurückzukommen. Von Mattl, unser Meister, da würdet ihr euch alle zwei gern auf den Arm nehmen lassen, hab ich recht. Ja, jetzt fangst du noch gleich eine, gell? Soll ich den Mattl mal ausrichten, dass er euch mal die Semmel bringen soll, ha? Ah na, schmeiß ihn raus. Und, dass du es weißt, morgen bringst du die Semmel etwas früher. Ich möchte es nämlich zum Kaffee und nicht danach, gell? Müsst ihr euch mit dem Kaffee ein bisschen erwarten. Und überhaupt, was glaubt ihr, wie ich alle, weil es schnauft den Berg dann auf zu euch. Da wäre längst schon mal wieder ein anständiges Trinkgeld fällig, da. Du glaubst, der wird jeden Tag noch frächer, ha? Ja, sonst kommt es ja zu nichts. Und überhaupt, wenn ihr zwei nicht so knausrig werdet, dann würde ich euch was verraten. Von Mattl. Was? Von Mattl? Genau von demselbigen. Ja, jetzt geh weiter, komm. Mein Gott, red und lass dir nicht alles aus der Nasen ziehen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Das ist eine lange Geschichte. Eine lange Geschichte. Komm, geh weiter, sitz dir ein bisschen her. Da hat vielleicht eine Tasse Kaffee mit drin. Komm, geh weiter, komm. Jetzt sind sie. Das geht nicht. Ich muss doch gleich weiter, mir pressiert es doch. Aha. Dein Pressieren, mein Lieber, das kenn ich schon. Also gut, da schau her. Da hast du jetzt zwei Euro. Und jetzt raus mit der Sprache. Ja, also, das ist so. Ja, was ist das? Der Mattl, ne? Ja, erzähl. Der Mattl, ne? Ja. Der hat schon so oft, ne? Ja. Ganz ehrlich, noch gar nie nach euch gefragt. Ah, so ein Rotspur, so ein Elendiger. Der macht sich ja direkt lustig über uns. Und für sowas geb ich zwei Euro her. Ja, ich blöde. Aber ich könnt ja für euch mal ein gutes Wort einlegen. Obwohl, so zwei altbackene und älterbackene Semmel wie ihr seid, die verkaufen sich halt nicht mehr so gut. Und schon, dass du weiterkommst. So, jetzt haben wir's. Altbackene Semmel, das hat also zu uns noch gar keiner gesagt. Ja, ja. Der kommt mir nimmer rein bei der Tür, das sag ich dir. Aus ist's. Richtig. Und deshalb fahrst du morgen mit dem Fahrrad runter und holst die Semmel. Oder du? Na du? Wieso denn ich? Wieso du nicht? Nicht, weil du die Ältere bist, kannst du mich da ständig umeinander kommandieren. Ja? Hätt's geheiratet? Dann hätt's jetzt ein Mannsbild zum umeinander kommandieren. Ich möcht bloß wissen, was an der Reise unserer Schwester anders war, dass der einen Mann gekriegt hat und wir nicht. Naja, aber die war ja allweil schon so hinterlistig, gell? Ja, ja. Obwohl, gell? Unser Schwager damals, der Thomas, das war ein Sau, was mannsbild. Naja, das ist ja gewiss heute auch noch. Naja, aber... Unsere Schwester, die Reise, die ist gestorben. Ja, und wir zwei, wir leben alle weiner. Da haben wir schon recht viel davon. Du, was wohl aus der Lisa, aus der Tochter von der Reise geworden ist, war ein rechter Liebes, netz Möterl damals, gell? Naja, das kann aber uns jetzt wurscht sein. Ja, ja. Ja, ja. Mordi? So geht's nicht mehr weiter. Was? Es muss irgendwas geschenkt. Geschenkt? Und zwar sehr bald. Wir zwei, wir vergammen da herum auf dem Berg. Genau wie unser Häusl. Ja, da hast du recht. Da bröckelt auch schon der Putz runter. Genau wie bei uns. Und eines steht auch fest. Jünger und schöner werden wir zwei ganz bestimmt nicht mehr. Da bin ich mir bei dir ganz sicher. Ja, ja, bei mir, Frau Le. Logisch. Weißt du, was ich dir sage? Wir könnten doch mal wieder eine Wahlfahrt machen. Eine Wahlfahrt? Ja. Geht zu. Haben wir doch vor 20 Jahren erst eine gemacht. Ja, mei. Und Käufer hat's gar nichts. Mei, vielleicht haben wir damals net mit der nötigen Inbrunst gebetet. Weißt du schon? Damals hat's ja noch net so brisiert wie heute. Ja, bei dir würd's arg brisieren. Und die nötige Inbrunst, die hätten wir jetzt alle zwei. Und dann war ja der heilige Antonius, zu dem wir die Wahlfahrt gemacht haben, der war ja für unser Anliegen überhaupt gar nicht zuständig. Nee? Nein. Ja, warum sind wir noch hin zu dem? Weil das weiß ich heute auch nicht mehr, mein Gott, nein. Du, und wenn wir dann gleich zu der heiligen Maria, Mutter Gottes, gehen. Ja, weißt du, ich mein, das ist ja auch ein Weiberleut wie mir zwei, gell? Ja. Die verstellt uns doch viel besser, als wir so ein Mannsbild. Ja, genau. Weil die männlichen Heiligen sind ja auch bloß Mannsbilder, nicht? Ja. Ah, hieb's dir ungut, mein Gott, nein. Du hast recht. Wir so wissen, denn die, wie es in den Frauenherzen ausschaut, oder? Die haben wir gar keine Ahnung nicht, oder? Nein. Weißt du, was ich da sag? Das machen wir jetzt einfach einmal. Schauen kannst du doch auf gar keinen Fall, oder? Du hast recht. Ja. Jawohl. Das machen wir. Wir gehen Wallfahrten. Ja. Und zwar gleich morgen. Ja. Morgen in der Früh um sechs geht der Bus. Ach, du bist ein Stück nördisch. Warum? Mit dem Omnibus Wallfahrten, wo gibt's denn sowas? Da muss man zu Fuß gehen. Was? Sonst ist das keine Wallfahrt nicht. Nein, 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 nein. Es heißt auch Wall fahren und nicht Wall gehen. Du hast nicht die nötige Einstellung. So eine Wallfahrt, das darf doch kein Spaziergang sein. Nein, das muss ein richtiger Aufstand werden. Ach so. Du meinst sozusagen der Aufstand der Jungfrauen? Ja, genau so könnte man sagen. Jetzt fällt mir was ein. Was? Weißt du was? Wir schütteln Erbsen in unsere Schuhe rein. Ja, das machen wir. Ja. Erbsen? Ja. Warte mal. Wieso Erbsen? Ja, überleg doch einmal. Lauf einmal 20 Kilometer mit den Erbsen in die Schuhe drin. Dann hast du alle deine Sünden abgebüsst. Werst das sehen? Die heilige Maria, Mutter Gottes, die hat dann garantiert ein Einsehen mit uns. Aber geht zu. Ja, Anna, das ist doch ein Schmarrn. Nein, nein. Schau, wir sind noch nicht richtig bei der Hoftür draußen. Haben wir doch schon einen Erbsenbrei in die Schuhe. Doch nicht mitgekocht, du dumm's Luder. Mit Roll muss laufen. Mit Roll? Ja, Freunde. In die Schuhe. Ja, klar. Meine armen Füße. Liegt da. Anna, und wenn wir vielleicht die Erbsen doch ein bisserl weich kochen, he? Nichts da. Sei froh, wenn ich die nicht auf die Knie hier rutschen lasse. So, jetzt. Ach, das ist gemein von dir. Wieso denn? Bei dir hast du ja viel weniger Erbsen rein, du, als wie bei mir. Das ist doch vollkommen wurscht. Ja, vielleicht dir, aber nicht meine Füße. Der peinigende Effekt ist immer der gleiche, verstehst du mich? Nein, nein, da schau her. So bleibt's jetzt und damit passt er. Mein Gott, nein, glaubst du das? Du bist halt einfach willensschwach, verstehst du? Ja, ja, du warst ja allbei schon. Aber ich war ja Gott sei Dank immer schon die Stärkere von uns zwei. Käufer hat's doch gar nix. Weil am Mannsbult hast du auch keins gekriegt. Oh mein Gott, nein. Hat's geklopft? Klopft hat's? Ja, wie ist denn das? Ja, schau mal nach, dann weißt du's. Am Mannsbult. Am Mannsbult? Ja. Mei, du, Anna. Was denn? Anna, den hat uns bestimmt die heilige Maria geschickt, damit wir nicht so weit zu Fuß gehen müssen. Wie schaut er denn aus? Schau mal. Ja, schau mal. Der ist fesch und jung. Jung? Nein, nein, ist er bestimmt für mich. Wenn's aber dann ein Siedlichkeitsverbrecher ist. Na wohl, ja, gewiss nix von dir. Okay. Bis Gott. Ja, warum sind's denn so erschrocken? Schau ich denn so wult aus? Nein, nein, nein. Ganz im Geigentil. Ich mein, im Gegenteil. Darum sind wir so erschrocken. Wir kriegen so selten einen Besuch da herum. Ja. Wollen Sie einer vielleicht ein bisschen hersitzen? Ja, gern, wenn's erlaubt ist. Ja, ja. Aber ich möchte die Damen auf gar keinen Fall stören. Nein, Damen hat er gesagt. Was hat er gesagt? Damen! Nein, nein, Sie stören uns überhaupt nicht, wo wir ja so quasi auf Sie gewartet haben. Auf mich? Ja. Hät doch gar so einen Schmarrn daher, der ist doch viel zu jung. Auf den Briefträger haben wir gewartet. Ach so, ja. Jetzt redest du einen Schmarrn, wer soll denn uns schreiben? Komm, geh weiter, geh zu, wasch dich. Wasch? Wasch? Waschen, ja. Ich muss noch etwas Wäsche waschen, gell? Ich bin sofort wieder da, gell? Wasser ist zum Waschen da. Ja, ich hab mir noch gar nicht vorgestellt, gell? Nein, nein. Lodaratone ist mein Name. Ja, ja. Ich bin jetzt ein paar Jahre im Badischen im Dienst gewesen, aber jetzt hat es mich halt wieder zurückgeblieben in unsere schöne Heimat, gell? Ja, mein, gell. Bei uns ist es halt schön, gell? Ja, das stimmt. Aber das merkt man erst, wenn man sich ein paar Jahre lang einen frischen Wind um Nasen hat wehen lassen, gell? Ja, genau. Aber, ja, auf dem elterlichen Hof, da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt zurück, gell? Ja, aber da werden sie aber schon warten auf dich, auch auf sie. Ja, das glaube ich jetzt weniger, weil, ja, da hockt schon mein älterer Bruder drauf. Aha, aha, ja. Ja, ich hab euch gemeint, ich könnte noch eine Zeit lang auf einem anderen Hof sauber zugeklangen. Könnt ihr ein kräftiges Mannsbild brauchen? Ja, notwendig. Ja. Ja, dann könnt ihr ja da bleiben. Ja, ja, freilich. Aber nur zum Arbeiten natürlich. Äh, ja, freilich nur zum Arbeiten. Ja. Oder was haben Sie gemeint? Ja, ich hab gar nichts gemeint. Nichts. Wieso haben Sie den ausgerechnet da bei uns halt gemacht? Naja, das war so. Ich bin ein bisschen da in die Berge umeinander kraxelt, gell? Und bin an dem Anwesen vorbeigekommen und hab mich ein bisschen umgeschaut. Ja, ich möchte ja nicht sagen, dass die Sache runtergekommen ist, aber ein bisschen ein Schwung dürft schon einkommen, hab ich recht? Mei, ich glaub, gleich aus ist uns vom Himmel runtergefallen. Wissen Sie, Toni, wir sind halt zwei einschichtige Schwestern, gell? Und die schwere Arbeit, die fällt uns halt nicht mehr so leicht, gell? Und so ein junges, kräftiges Mannspulte ist uns ein bisschen zur Hand geteilt. Das wär genau das, was wir zwei jetzt brauchen. Naja, jetzt bin ich ja da, gell? Ja. Ich mach mich gleich an die Arbeit. Ja, das ist recht. Am Dach, da fehlen ein paar Schindeln. Das Gatter vom Tor hängt ganz schürf in die Angeln. Ja, ja. Mei, da fehlt's ja an alle Ecken und Enden, gell? Mein Gott, na, so ein Glück, dass Sie ausgerechnet jetzt bei uns da bleiben, bei zwei so alten Weiber. Okay. Also, jetzt mein ich, möchtens bloß ein Kompliment hören, hab ich recht? Okay. Naja, ich mein, wenn's nix ausmacht. Also, erstens, seid's noch keine so alten Weiber. Naja. Und zweitens, ich muss ja nicht ewig da bleiben, sondern bloß so lange, bis das heute alles wieder ein bisschen in Schuss ist, gell? Genau, genau. Und drittens, ich bin immer da am liebsten, wo meine Hilfe nötig ist. Ja. Naja, und daheim, da werden's wohl kaum auf meine Hilfe warten. Aha. Naja, und viertens, wegen dem Gehalt braucht's euch auch keine Gedanken machen, ich will nicht viel. Ja, und fünftens, können wir da sowieso nix geben, weil wir selber nix haben. Ach so. Und sechstens, darf ich sagen, du bist jetzt für uns der Doni und ich bin die Anna. Anna, jawoll, so machen wir's. Gell, so machen wir's, oder? Ganz gern. Ja, genau. So ist das richtig. Und siebzehnts, ich bin die Moni. Sag einmal, wie schaust denn du schon wieder aus? Schön, gell? Das ist einmal eine nette Begrüßung, dass man sich wegen mir gleich in Sonntagsstadt wirft. Nein, 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 das ist kein Sonntagsstadt. Ich achte nämlich immer sehr auf ein gepflegtes Äußeres. Ach so, ja. Darf ich aber schon lachen, gell? Also, der Doni, der bleibt jetzt vorläufig einmal bei uns da, gell? Jawohl, ja. Ich hab's schon gehört. Ja. Hast du schon wieder gekeucht, he? Natürlich. Sonst krieg ich ja gar nix mit. Also, ihr zwei, ihr seid wirklich zur Ganzlustige. Ja. Ich bin lustig, sie ist die Ganzlustige. So ist es richtig. Wo geht's bei uns? Ja. Also seid doch nicht immer so direkt und so auffallend, verstehst du? Also, Doni, ich zeig dir jetzt deine Kamera. Nein, Moment, wir haben noch ein Problem. Wir sind doch morgen verreist. Wir sind verreist. Ja, 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 ja. Also, wegen mir könnt ihr die Wanderung ruhig machen, gell? Oder habt ihr kein Vertrauen zu mir? Nein, gewiss nicht. Was? Ah, ich mein, selbstverständlich haben wir da Vertrauen. Ja, schon. Nur, weil wir dich halt am ersten Tag allein lassen müssen. Ja, 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 das ist ja überhaupt kein Problem. An der Arbeit werdet ihr mir nicht fehlen. Und ein Stückchen Brot und ein Stückchen Wurst werde ich dann auch schon finden, gell? Ja, die Anna, die macht jetzt dann gleich a ganz a gute Erbsensuppe. Ja. Sind doch in die Schuhe drin. Schafft Zeit, nein. Aber in der Speiskammer, da hängt ja Wurst. Ja. Und da kannst du was runterschneiden. Ja, gerne. Also, Doni, jetzt geh weiter, jetzt zeig ich dir die Kammer. Gut, wo müssen wir hin? Ich geh mit dir raus. Wo müssen wir hin? Gleich da geht's. Und dann rüber? Ja. Weil da ist aber dunkel. Macht nix, ich bin bei dir. Ja, ja, ja. Jetzt kommt die weiter. So, jetzt haben wir's. Es ist wirklich zum Aus-der-Haut-Fahren. Konnte in der nicht 15 Jahre früher kommen. Jetzt, jetzt ausgerechnet, jetzt kommt er da her. Jetzt, wo ich schon fast verblüht bin. Mein Gott, nein, was stellst jetzt du da vom Spiegel da? Meinst du, du wärst schöner davon, oder? Heut bist du wieder richtig ekelhaft. Ja, warte noch gerade einmal, bis ich mal meinen schlechten Tag hab. Den kenn ich schon. Ja, und überhaupt, was redest du denn so tappig daher? Den erfasst doch die Panik und der ist schneller wie der Furth, wie wir schauen können. Hä? Der darf doch überhaupt nicht den Eindruck haben, dass wir was wollen von ihm. Warum? Wollen wir nix von ihm. Mann, da geht's doch nicht ums Wollen. Glaubst denn du, dass der uns anschaut, ha? Der junge Kerl, der noch dazu so sauber ist, dass er dann jeden Finger fünf haben kann. Moment. Mich hat er angeschaut. Ja, was du ausschaut, wie der so ausrangiert, ein Zirkusgaul. Weißt, was dir ich sag? Was denn? Du bist richtig geschert. Mit dir red ich jetzt kein Wort mehr. Und zwar mindestens, mindestens, wenn nicht noch länger, red ich nichts mehr. Kein Wort. Versprichst mir das? Du, Anna. Ja. Anna, ich mein, wir könnten uns jetzt eigentlich die Wahlfahrt sparen. Oh, so schaust du aus. Der ist doch viel zu jung. Viel zu jung. Und zweitens ist der nur zum Arbeiten da und sonst überhaupt nix. Und drittens, ich mein, wenn schon, dann brauchen wir zwei. Verstehst? Na, ich mein, du kannst doch durch Wahlfahrten gehen. Ja, freilich. Ja, und was mich betrifft, gell, also die Chemie, die hat ja heutzutage schon so gute Mittel, wo man sich von Grund auf verjüngen und verschönern kann. So viel Chemie gibt es auf der ganzen Welt nicht, dass eine von uns zwei zum Tone passen kann. Da braucht man schon eher einen Schönheitschirurgen, das sagt er. Nix ist. Naja, ich mein, ein bisschen Ruht könnte ja nicht schaden, gell. Es ist ja nur, dass man sich pflegt, gell. Und ein ganz weiser Spruch sagt, auf einem alten Fahrrad lernt man das fahren. Im Übrigen, manche Männer mögen sogar reife Frauen. Ja, aber keine überreifen. Der Nächste. Ja, freilich, 20 Jahre warten wir jetzt auf einen. Und dann rennen sie uns an einem Tag die Tür ein, verstehst? Ich glaub, du wartest schon 30 Jahre alt. Ja, mei. Dürfen wir es stören? Ja, du kommst mir grad recht. Schau, dass du mir sofort meine zwei Euro wieder gibst. Die sind schon fort. Schau, ich schau nicht, du. Achso, du bist doch. Der Meister lässt fragen, ob er vor ihrem Zwetschgerbaum, ob er Zwetschger für ein Blech-Zwetschger-Tatsche haben könnte. Weil in die Zwetschgen von unserem Zwetschgerbaum ist in jeder Zwetschger-Wurm drin. Wie oft hat es der Zwetschgen gesagt? Ja, und wieder in die Zwetschgen kommst du zu uns rauf? Ja, freilich. Weil der Meister mahnt, dass so zwei alte Zwetschgen wie ihr seid... Was, ja, weißt du das jetzt, Lanz? ...gar nicht so viel Zwetschgen essen könnt, wie Zwetschgen um euren Zwetschgerbaum droben hängen. Darf doch nicht, was. Und dann, meinte, müsst ihr euch ein bisschen unterstützen. Weil er will die Zwetschgen von eurem Zwetschger-Barm ja nicht umsonst. Der hört nicht auf mit seinen Zwetschgen. Wird menschenfreundlich, gell? Na ja, dann pflückst du halt ein Kerberl voll, gell? Aber morgen früh bringst du uns vier Sämin mehr. Verstanden? Nein, ich sei jetzt hier verfressen. Du, gell. Du, 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 nicht frech werden, Birscherl, ja? Wer als Lehrbuch frech war, der bleibt da als Gselle frech. Und wenn ich erst Meister bin, dann lass ich mir gar nichts mehr sagen. Und überhaupt. Wenn ich so ein kreuzbraver Jüngling wär, das wär doch Stingfahrt, stimmt's? Für mich bleibst du all wie ein rotzfrecher Lausbord. Und ich möcht jeden Tag ein Wut auf den Kerli kriegen. Aber es gelingt mir einfach nicht. Da sagt er selber, ich bring noch etwas Sonne und Heiterkeit in eure einsamen alten Tage. Jetzt hast du es gesagt, ja. Aber jetzt einmal im Ernst. Was denn? Die Brödler essen doch nicht ihr alle Alans. Habt ihr einen Besuch? Sei nicht so neugierig. Schüttel deine Zwetschgen runter. Ja. Und dann verschwindet. Ja. Hab ich es doch gewusst, dass ihr einen Besuch habt. Aber da komme ich schon noch dahinter, wer das ist. Was ihr noch sagen wollt? Zuckrig schauen sie aus. Fräulein Moni, mit diesen neckischen Blümerl in die Locken. Einfach zuckrig. Wie ein altbackenes Semmel mit einem Honig drauf. Schandtach. Schandtach. Jetzt sagt er schon wieder altbackene Semmel zu mir. Das fällt sogar dem Buben auf. Aber du, du musst dich auch herrichten, wie du so eine alte Fregatte. Jetzt ziehst du den einmal wieder ein bisschen anständiger an. Also dir macht man es überhaupt nicht recht. Immer sagt, sie soll auf mich schauen. Jetzt schaue ich auf mich. Dann ist der auch nicht recht. Von einem goldenen Mittelweg hast du noch nie was gehört. So, die Damen. Ich habe es von meiner Kammerschaft nötig gemacht. Und jetzt mache ich mich gleich an der Arbeit. Ja, das ist ja sicher ein Hunger. Also da sieht man mal, dass du überhaupt keinen Anstand hast. Geht so, Anna, nimm das Bröt weg und das Besteck. Los, husch, husch, in den Busch. Da gehört schließlich und endlich eine Tischdecke drauf, wenn man einen Gast hat. Boah Stonerli, ich möchte nicht, dass du auf so einem nackerten Tisch essen musst. Ja. Erstens ist der Doni kein Gast, weil er bei uns arbeitet. Und zweitens ist er kein Fürst. Das Tischdurch kommt bloß am Sonntag hin. Passt da. Ja, jetzt hört es doch auf zum Streiten. Mir ist wichtig, was auf den Täler kommt und nicht drunter. Also bitte, dann halt nicht. Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall die Wurst. Geil? Doneli. Mein Gott. Ich fühl's wieder, wie du dich gespreizt, meine Schwester. Okay, ist doch nett. Also, ich muss sagen, mir gefällt's bei euch. Was ich eigentlich gar nicht richtig verstehe, dass dir so einen jungen, sauberen Burschen bei zwei so alte, verschrobenen Jungfrauen gefällt. Also bitte, ja. Anwesende, ausgenommen. Denn ich fühle mich weder alt noch verschroben. So, schau her, Doneli. Und jetzt, jetzt lasst er deine Wurst schmecken. Mein Gott, na, wie eine Stunde einen Menschen verändern kann, man möcht's gar nicht. Oh, ist mir schlecht. Ich sterbe. Was ist denn mit dir los? Die Zwetschen sind vergiftet. Was? Krämpf hab ich, dass stärker nicht mehr geht. Mei, wärst halt wieder fünf Pfund in die reingestopft haben, wie letztes Mal, oder? Ja, mindestens. Gleich ist aus. Was ist? Aus ist gleich. Aus ist aus. Ich kann halt auf gar keinen Fall mich in die Backsturm stehen. Das überlebe ich nicht. Oh, diese fürchterlichen, unsagbaren Qualen. Anna? Was? Ich brauch dringend einen Schnaps. Ja. Ein paar hinter die Läffe brauchst. Sitzt dich da hinten, werden auch schon wieder besser. Hab ich's doch gewusst, dass ich einen Besuch hab's. Jesus. Und er frisst auch noch Wurst. Da wird's mir noch gleich viel schlechter. Ich sterbe. Aber nicht da herinnen. Okay, Moni, jetzt sind's doch nicht so herzlos mit dem armen Buben. Von dir kenn ich das nicht anders. Du geil. Noch nicht trocken hinter den Ohren, aber rotzfrech sein. Mein Bruder recht hat der Gürgerle, der hat er halt recht. Gell? Das ist ja der Gürgerle. Dankeschön. Wenn ich jetzt dann gleich sterben bin, dann wird's euch in der Seele leid tun, und das so grausam wird's zu einem hilflos leidenden Bäckersgeselln. Mhm. Noch ein paar Schnapperer, dann ist's auch so. Für dich gut. Das war's. Lebt's wohl. Ja. Da sind ja Erbsen in die Schuhe drin. Lass du mir keine Früchte. Das hast du jetzt von deiner saudumme Einfimmel. Also, woran? Ich kombiniere messerscharf die Prinzessinnen auf den Erbsen. Hahaha. Irgendwann batzt da noch eine, das sag ich dir. Meinten, da fällt mir noch gleich was ganz was Gutes ein. Aha, geht's dir jetzt nicht mehr schlecht, he? Ja, das schnappst halt. Die Krämpfe haben sich doch jetzt tatsächlich schlagartig verzogen. Verzogen, das ist das richtige Wort für dich. Los, verzieh dich. Na, das muss ich euch noch schnell erzählen, was mir da eingefallen ist. Das wollen wir gar nicht hören. Komm, geh weiter, schwing dich ab. Das ist aber wirklich hochinteressant. Passt auf. Meine Mutter hat mir mal erzählt, sie hat, wie sie noch jung war, da hat sie eine Wallfahrt gemacht, damit sie einen Hochzeiter kriegt. Und da hat sie sich doch tatsächlich Erbsen in die Schuhe nach. Ist das nicht lustig? Ich lache mich gleich tot, he? Das hast du jetzt davon. Sei doch gerade du einmal statt. Und du schwing dich endlich. Aber ich war noch nicht fertig. Passt auf. Die Hochzeit ist dann auch gekommen. Das ist mein Vater. Aber meine Mutter sagt immer, so schwer ist in ihrem ganzen Leben noch nie nichts im Augenkling wie diese Erbsen. Jetzt schau, aber das verschwindst und zwar plötzlich, gell? Und lass dich so schnell nicht mehr sehen. Na, erst morgen wird er, wenn ich die Brödler bringe. Passt mir ja gut auf, dass euch die Wallfahrtserbsen nicht auch ein Leben lang drücken. Ade. Na dann, Prost, Mahlzeit. Ach, nein. Lachen macht das Leben schön. Drum lachen wir so gern. Lachen mit uns und du mich sehn. Dann sind die Schorgen fern. Also eines schwöre ich dir. Was denn? Nie mehr, nie mehr mach ich eine Wallfahrt. Hör doch endlich mit dem Gejammer auf. Von wegen Gejammer. Die Füße spüre ich schon gar nimmer. Und der Toni, wenn uns zuerst bei unserer Fußwaschung beobachtet hätte, der hätte sich krank gelacht. Was gibt's denn da zum Lachen? Nach einer anstrengenden Wanderung darf man dann doch die Füße ein bisschen brennen, oder nicht? Okay, hör mal doch auf. Der ist doch auch nicht aufs Hirn gefallen. Und bei dieser Meldung, die der Giergel gestern loslassen hat, weiß doch der sofort, was er es geschlagen hat. Aber weißt du, was das Allerschlimmste ist? Was denn? Nicht ein einziges brauchbares Mannsbild war dabei. Alles umsonst. Nein, nein, das stimmt nicht ganz. Der eine da, der Ade, mit dem habe ich mich so ganz großartig unterhalten. Ja, ja, und wir. Bis ans Zahlen gegangen ist, dann ist er nämlich auf und davon. Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Wir haben uns unterhalten, das war die wahre Freude, weißt du schon. Das war die reinste Seelenwanderung, war das. Ja, von wegen Seelenwanderung. Jetzt sag ich dir gleich eines. Was denn? Das verzeih ich dir nie, dass du mich gestern einfach sitzen hast lassen. Die war ja plötzlich für dich bloß noch Luft. Luft, Luft, ja, Luft. Da hat er mir vor Zeit von seinem Anwesen, gell? Und dass er der Witwer ist, hat er gesagt. Ja, ja. Und dass er halt irgendwie so allein und einsam ist, hat er gesagt. Fräulein Anna, hat er gesagt. Dann ruhig essen und trinken. Und tun sie denn bestellen, nach was ihnen gelüstet, hat er gesagt. Hat er gesagt. Mei, ist der großzügig. Ja. Kunstig. Er hat ja gewusst, dass du bezahlst. Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Was? Wir haben uns doch so großartig unterhalten. Verstehst du mich? So eine menschliche Enttäuschung. Sag einmal, sind denn alle Mannsbilder so? Jawohl. Alle. Durch die Bank. Okay. Wo wir uns so großartig unterhalten haben. Ja, das hast du schon einmal gesagt. So richtig so von Herz zu Herz. Von Geldbeutel zu Geldbeutel. Hör doch endlich mal mit deinem Geld auf. Naja. Von Gefühlen hast du sowieso keine Ahnung. Aha. Ist schon wieder. Aber das eine, ich sage dir. Der Blick, der war echt. Also das lasse ich mir nicht nehmen. Weißt du, was dir ich gesagt? Was? Einen billigen Tag hat er sich machen wollen. Ja. Und das hat er bestimmt schon öfters gemacht. Nach der Wampen, wo der gehabt hat. Nein, das stimmt nicht. Der hat sich bloß für ein paar Minuten entschuldigt. Fräulein, Anna hat er gesagt, ich bin gleich wieder da. Und dann ist er Richtung Häusl, ist er dann davon. Davon? Mhm. Nein, der ist auf. Und davon. Ah, mein Gott, nein. Was hast du im Übrigen bezahlt? 50 Euro. 50 Euro? Ja. Mei, hat der gefressen. Das wäre mir ja alles wurscht gewesen. Wenn er wenigstens wieder gekommen wäre. Aber jetzt ist es aus. Schluss. Ende. Nix mehr. Hast recht. Der Aufstand der Jungfrauen ist vorbei. Nein. Ja. Da. Da. Ja. Mei, Moni. Hä? So tief hat er mir in die Augen geschockt. Mei. Und die Hand hat er mir gedruckt. Aber schon so fest schon, das sag ich dir. Und die Stimme, die er gehabt hat. Mein Gott, nein. Die war so weich und so tief. Geschaffen werden, die er heute gehabt hat. Ah! Ich bin Herrschach, mit dir kann man überhaupt nichts mehr reden. Das ist einfach nicht zu glauben. Nein. So tief. So tief. Zu glauben. Ja, guten Morgen, Moni. Wir haben uns ja gestern gar nicht mehr gesehen. Ja. Hat die Wanderung so lange gedauert, ha? Ja, Toni. Du warst ja heute schon fleißig, habe ich gesehen. Dankeschön. Geh weiter, komm. Setz dich hin. Da, nimm Platz. Weißt schon, wir waren einfach ein bisschen müde gestern, gell? Ja. Na? Was ist's? Magst du Brotzeit? Magst du einen Kaffee? Oder magst du eine Wurst? Ja. Gerne, freilich. Oder weil wenn ich was kriege. Aber natürlich, wenn ich dir sage, du kriegst eine Wurst, dann kriegst du eine Wurst. Klar? Klar. Mei, so bin ich ja schon lange nicht mehr verwöhnt worden. Toni, was ich noch sagen wollte. Ja? Ich meine, wenn du einen besonderen Wunsch hast, gell? Oder wenn du was Spezielles möchtest, gell? Ich meine, wegen dem Essen. Ja, Essen. Dann kommst du zu mir und nicht zu meiner Schwester, gell? Gern. Gern. Aber ganz im Vertrauen, die Anna hat mir schon dasselbe Angebot gemacht. Mit genau denselben Worten. Ja, so eine Hexer. Mei, die kann was erleben. Nein, 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 jetzt seid's friedlich, gell? Also, wenn ich merke, dass ich euch an Unfrieden reintrag, dann gehe ich lieber wieder. Nein, 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 Toni, du darfst nicht gehen. Du glaubst ja gar nicht wie ich. Ich meine, wie wir froh sind, dass du da bist, gell? Und dass wir mal ein anderes Gesicht sehen, wie das eigene, gell? Ja, ja. Ja. Von meinem Gesicht sagst du nix, ha? Aber logisch, schon ein unbedeutender Bäckersgeselle wird für euch ja gar nicht als männliches Wesen registriert. Das merke ich mir. Seit wann gehört sich das, dass man fremden Fenstern horcht? Erstens mal, hab ich nicht gekorcht. Ich hab in aller Ruhe abgewartet, bis der innige Gedankenaustausch beendet war. So. Zweitens, wie ist denn der? Erstens geht es dich gar nichts an und zweitens ist das der Toni. Der was? Ein Toni. Wenn der Toni seiner Moni und die Moni ihrem Toni so ein Pussel, Pussel, Pussel gibt, das ist Krach. So. Und jetzt holt's dein Button. Das melde ich der Gewerkschaft und der Bäckerinnung. So sind die Brödler. Gib's her. Und ich, ich werde deinem Meister mal erzählen, da schau her, Donnerli, da hast du deine Semmel, gell? Was für ein verdorbenes Früchterl du bist. Das schadet mir gar nichts, weil der Meister nämlich weiß, was er an mir hat. Okay. Und überhaupt, verdorben wird man erst bei euch. Was man da so alles zu hören kriegt, einen recht guten Appetit wünsche ich. Schaut aber, dass du rauskommst. So. Jetzt haben wir's. Die Züge, die Ohr war schon lang. Musst mir aber erst erwischen. Äh, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Lausbue. Herrschaftszeit, nein, was ist denn da schon wieder für der Lärm? Da hör ich zu, du hattest bei uns, dass es ganz aus ist. Ja, der Doni ist schön auf. Ja, guten Morgen, lieber Doni. Hast du gut geschlafen? Ja, sehr gut hab ich geschlafen. Danke. Ja, das freut mich. So. Haben Sie draußen schon ein bisschen rumgeschaut? Alles hab ich gesehen. Ja. Ja, ganz großartig haben, so hast du alles hergericht. Mein Gott, jetzt schenk ich dir gleich ein bisschen einen Kaffee rein. Aber lass dir doch gerade Zeit, sonst bist du gleich mit der ganzen Arbeit schon wieder fertig. Okay. Das wird schon her. Es ist halt doch was anderes, gell, wenn ein Mann im Haus ist, gell? Magst du ein bisschen mehr Milch rein in den Kaffee oder glanzst oder so? Herrschaftszeit noch einmal, der weiß doch selber, ob er mehr Milch oder weniger Milch braucht, oder? Das ist ja nicht mehr mit anzuhören mit dir. Doni, magst du auf die Semmel ein Marmelade oder lieber einen Honig? Das wird er dann schon sagen, was er will, ich bin Herrschaftszeit rein. Schir werden doch nicht alles hinten und vorne rein. Okay, nein, das kostet ja überhaupt nicht. Magst du das, magst du das? Das ist ja nicht so, wo ich glaube, bist du Kaffee. Also du fangst dabei an. Okay, lass mir doch. Ich kostet ja gar nicht mehr haben. Weißt du, was ich dir sage? Was denn? Du bist lästig. Oh! Wenn ich an Doni lästig bin, dann wird er mir schon sagen. Ja, ja, ja. Wenn ich das mal da, jetzt haben wir es nicht. Jetzt hat er mir vor und drückt. Und du bist nicht mehr schütt mit deinem Schmack. Und der mit der Herr ist doch nicht. Jetzt er kommt. Und übrigens, der hat doch eine Wurst. Der braucht doch deine süße Marmelade gar nicht, oder? Also, wisst ihr euch einig seid, was ich kriege? Derweil trinkt ja einen Kaffee. Ja, ich habe ihm nämlich schon das ganze Frühstück hergerichtet. Ja, und ich habe einen Kaffee gemacht. Also, mir ist der Appetit vergangen. Dankeschön. Ich habe es gehört. Ja, Herrschaftszeit, nein, wir kommen da schon wieder. Ja, das weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich kommt jemand, sonst hätte es ja nicht noch. Ja, wie, 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 so guck ich da? Oh, mein, oh, mein, oh, mein. Kann ich doch auch nicht schmecken. Öha. Ja, es geht beieinander. Grüß Gott. Wer bist denn du? Was willst denn du? Wir geben für nichts. Nein. Weil wir nämlich selber nichts haben. Gut, also, ihr seid aber freundlich. Jetzt fragt ihr euch das Madl erst einmal, was sie zu euch da raufgeführt hat. Ja, das wäre wirklich nett. Weil dann könnte ich vielleicht noch... Geh einen Hähnerstahl hinterein. Mach ein paar Latten hin, dass die Luderviecher nicht rauslaufen, gell? Das ist recht. Und seid nicht so böse mit dem Madl. Seid einfach so nett wie zu mir, gell? Na, was ist? Hast du dir die Sprache verloren? Ja, was willst denn du bei uns da herum? Also, ihr zwei, ihr seid doch die Irlingerschwestern, oder? Woher kennt denn die uns? Die spioniert uns aus. Na ja, also, keiner tue ich euch eigentlich nicht, aber ihr müsstet mich noch kennen. Ich bin die Lisa. Und du, du müsstest die Anna sein und du die Moni, oder? Was denn für die Lisa? Kennst du eine Lisa, Moni? Nein. Ich kenn nicht einmal eine Mona, Lisa. Ich bin aber die Mader, Lisa. Sagt euch das gar nichts mehr? Mader, 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 Mader! Natürlich! So hat doch unsere Schwester geheißen, nachdem sie keine Rekord gehabt hat. Ja, frei! Und ich bin die Dochter von der Resi. Also, eier Nichte. Mein Gott, unser Nichte, Lisa! Ist das eine Freude? 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 Wie wir das letzte Mal gesehen haben, da warst du so ein kleines Puzerl? Okay. Nein. So gleich warst du. Also, du kannst ja nicht gewinnt sein. Komm, geh weiter. Sitz dich her. Sitz dich her, Mader. Yes. Sitz dich her. Na, ist es eine Freude, dass du da bist, da? Und so gewachsen ist, gell? Bleibt nicht aus. Freilich, es gewachsen in 20 Jahren, red doch nicht so saud um der Herr. Sag einmal, warum hat denn dein Vater nach dem Tod von unserer Schwester gar nie nixen hören lassen? Ja, ja, der Lackl, der Gscherde, he? Naja, also, er hat eigentlich gerade einmal gemeint, auf die Buckel der Verwandtschaft, da ist Pfiffen. Oh, oh, Buckel der Verwandtschaft, sagt der, gell? Du, dabei haben wir gar keinen Buckel. Jetzt halt endlich einmal den Button. Bin so frei. Da, schau her, der feine Herr Schwager hat, er glaubt, der ist was Besseres, gell? Aber wenn wir ganz ehrlich sind, so scharf, waren wir auf den seine verwandtschaftliche Beziehung sowieso nicht. Also, dich hätten wir öfters gern bei uns da gesehen, gell? Jetzt zeigt es mir, ha? Ja, das ist schön. Nein, also, ich muss sagen, das ist eine Freude, dass du da bist. Warum bist denn du zu uns raufgekommen? Fehlt dir was? Mein Gott, nein, was soll dir denn fehlen? Schaut doch gesund und gut aus. Wolltest du halt deine zwei alten Tanten einmal wieder sehen, gell? Ja, genau, das könnte man jetzt so sagen. Was ist? Magst du einen Kaffee? Ich hab schon gedacht, der fragt sich mich gar nicht mehr. Ja, recht schüchtern bist du nicht, gell? Nein, kannst du die Verwandtschaften? So, da, schau her, da hast du jetzt einen Kaffee. Er ist zwar nicht mehr ganz frisch, aber er muss weg. So ist es. Sag einmal, weißt du, dein Vater, dass du bei uns da bist? Du wirst doch hoffentlich nicht gleich wieder heimfahren, oder? Nein, also, zum Heimfahren, da hab ich im Moment eigentlich keine große Lust. Nicht? Keine Lust? Also, ich mein, krank oder besonders traurig, schau es jetzt nicht gerade aus. Das bin ich ja nicht, gut. Aber ein Wort hab ich. Ein Wort, das ich's gar nicht sagen kann. Hast du das gehört? Ein Wort? Ich stell dir vor, lass es los mal. Ja, auf meinen Vater. Geh. Wisst ihr, das ist ja normalerweise schon ganz okay, aber auf einmal, da hat er Ansichten wie im tiefsten Mittelalter. Naja, das war früher schon immer ein ganz ein sturer Bock. Geh, red doch nicht so geschert, der Herr. Immerhin ist selber noch Ihr Vater, nicht? Also, jetzt red schon, wo Sie wissen. Kriegst du ein Kind? Hä? Ein Kind? Nein, wie kommt's denn jetzt auf sowas? Kein Kind. Naja, das soll ja heutzutage ab und zu mal vorkommen. Ja, schon. Und du wirst es nicht glauben, selbst wir zwei wissen, wie sowas geht. Okay. Nein, jetzt warten wir es auf. Die Sache ist ja so. Ich hab grad mein Studium beendet. Ja. Und jetzt hätte ich die Möglichkeit, mit ein paar Freunden für drei Monate nach Amerika zum Fliegen. Was? Jan, stellt euch vor, er, er möcht's mir jetzt verbieten. Also, hast du das gehört? Er möcht's mir verbieten. Das ist ja wohl wirklich. Was willst du eigentlich in Amerika? Geh, das ist doch so weit weg. Mein Gott, na, wie ich so jung war wie du, da war mir weit, dass die Reise nach Wald-Kreiburg. Ja, freilich. Jetzt gab es mich nicht ganz viel, habe ich was. Ich mein, das ist doch nicht weit weg. Man setzt sich ins Flugzeug rein und schwupps, ist man drüben. In Amerika? Ja, in Amerika. Ach so? Naja, also ich mein, mir ist ja eigentlich gleich, was du hinflügst, gell? Aber wieso kommst du jetzt da ausgerechnet zu uns her? Ja, weil... Die Mama immer so oft von euch geredet hat. Aha. Naja, und dann, dann hab ich mir halt gedacht, schau's dir mal bei deinen zwei alten Tanten vorbei. Ja. Naja. Ich mein, das Alt hättest du jetzt weglassen können, gell? Ja, Mama Tante. Naja, also. Weißt du was? Was? Du, ganz einfach. Wir zwei fliegen einfach mit, mit ihr nach Amerika. Dann kann der Vater nichts dagegen haben. Ja, spielst du jetzt, du. Warum? Du und in Amerika? Ja. Ja, da warten sie gerade auf dich. Nein. Natürlich. Ich kann sogar perfekt amerikanisch. Geh weiter. Natürlich. How do you do mit die Gummischuhe? Nein, ihr zwei. Ihr seid schon richtig, ha? Nein, aber wisst ihr was? Ihr würdet mir schon helfen, wenn ich einfach ein bisschen da bleiben kann. Wisst ihr, so richtig Angst soll er kriegen, der Papa, wenn er nicht weiß, wo ich bin. Aha. Ja, das Dumme ist nur, dass mein Flug schon in drei Wochen geht. Oh, in drei Wochen? Ja. Aubi. Dann braucht man einen Plan. Hoffentlich fällt uns so schnell was ein. Also, ich würde sagen, jetzt bleibst du einfach einmal da bei uns. Und dann sehen wir schon weiter, oder? Mei, das wäre ganz super. Ah ja, freilich. Dankeschön. Ich würde sagen, ich opfere mich und fliege mit ihr nach Amerika. Kommt gar nicht in Frage, wenn jemand fliegt, dann ich. Ich bin die Ältere, gell? Das muss nicht. Ja, du sagst es. Ja. Du bist die Ältere. Und deshalb diesen Strapazen sicher nicht mehr gewachsen. Weißt du, gut. Also, du bleibst daheim und ich suche meinen Koffer und fliege. Nein, 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 langsam, langsam, Tante Moni. Also, noch fliege ich nicht. Hast recht, Maudl. Jetzt bleibst du zuerst einmal da bei uns, gell? Jetzt fällt mir was ein. Weißt du? Die einzige Kammer, die wir haben, da ist doch jetzt der Toni drin. Ja, Herrschaftszeiten, was mache ich jetzt da? Ja, der muss einfach an den Stadl raus, aus Pastor. Also, weißt du, mein armes Tonerli, einfach an den Stadl raus. Oh, die Stadl, Tonerli. Geht jetzt, war. Nein. Wisst ihr was? Ich freue mich so, dass ich jetzt da bei euch bin. Ich fühle mich da richtig wohl. Ja, und wir freuen uns, dass endlich einmal wer da ist bei uns, der so nett und so lustig lachen kann, gell? Ja, weil ich habe bei ihr gar nichts zum Lachen. Ja, ja, Freilich. Weißt du was? Hä? Nein. Ich quartiere den Toni um, ins Besenkammerl, da steht doch auch ein Bett drin. Richtig, draußen in unserem Besenkammerl. Ja, genau. Da steht ein Bett. Also, und ich, ich fahre jetzt schnell zu einer Krammerin runter mit dem Fahrrad und gehe schnell ein bisschen was einkaufen, gell? Das tust du, ja. Du Mädel, bleibst dabei da sitzen, bis ich wieder zurückkomme. Gehst nicht weg, gell? Freilich, weg sollst du auch noch. Warum sollst du denn jetzt auf einmal davonlaufen, oder? Ja, ich denke ja gar nicht dran. Mei, Anna, schau es an. Ja. Und schon wieder lacht es so lieb, unser Lisa. Ich muss ja da was sagen. Die Moni, das ist ein bisschen eine Haarige. Und redet furchtbar viel Schmarrn, wenn der Tag lang ist. Und kommst du da eben zu mir, wenn du was brauchst, gell? Ja, so machen wir es. Ja, so machen wir es, gell? Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. Psst, Lisa. Ich meine, die Anna, das ist ein rechter Haarige, gell? Wenn du was brauchst, kommst du einfach zu mir, Mädel, gell? So machen wir das. Nein, also, so gut wie es mir da geht, da könnte man ja glatt auf Amerika pfeifen. Schmeckt's? Ja, ja, gut sogar. Hast du nicht gleich einen Schrecker? Das bin ich etwa der Schrecker. Also, auf den Mund bist du schon mal nicht gefallen. Bleibst du länger da? Das weiß ich noch nicht. Könnte schon sein. Aber ich glaube nicht, dass ich dir das sagen muss. Ich kenne dich ja gar nicht. Öha. Ich will dich trotzdem fragen, bist du verwandt mit der Anna und der Moni? Könnte schon sein. Willst du mich ausfragen? Ja. Und jetzt, jetzt machst du also einen Besuch. Sowas ähnliches. Also, du lässt dir wirklich jedes Wort aus deiner kleinen Nase ziehen. Weißt du, ich bin auch erst seit kurzem da. Weißt du schon, dass ich deine Kammerl kriege, Toni? Das macht mir gar nichts, wenn ich auch drin bleiben darf. Ja, freilich. Das würde dir so passen, gell? Ja, schon. Aber ich glaube nicht, dass wir uns groß in die Quere kommen, weil ich bin quasi nur auf der Durchreise. Naja, passt so wie ich. So, wenn es dich interessiert. Ich war jetzt eine Zeit lang fort von daheim, weil ich einen Bruder habe, mit dem ich mich nicht so recht verstehe. Weißt du, zwei Brüder, ein Hof, das geht halt nicht recht gut, gell? Ja, ja, das kann ich mir schon denken. Und du, habe ich da vorhin was von Amerika gehört? Ja, ja, hast. In drei Wochen möchte ich ihn überfliegen, aber bis dahin, da sind noch ein paar Hindernisse aus dem Weg zum Rammer. Also, Amerika, Amerika, das, das war's. Ja, schon. Ja, da kann ich natürlich lang da draußen suchen, wenn du da herin rumstehst. Toni, ich muss dich umquartieren ins Besenkammerl. Ja. Ich brauche die Kammerl fürs Marderl, gell? Ja, ist mir schon recht. Oder ich gehe ins Kammerl, macht mir nix. Ja, zu mir. Ja, freilich, bilde dir ja keine Schwachheiten ein, gell? Zu zweit in der Besenkammer, so weit kommen sie noch. Ja, wir haben uns doch gerade bloß ein bisschen... Kennen gelernt. Kennen gelernt. Muss man ja jetzt, wenn man eine Zeit lang unter einem Dach zusammenhaust wird. Ja, ja, dann wird es ja jetzt gut genug kennen, oder? Dass ihr Marder die Kammer zeigen kann, oder? Ja, freilich. Ja, eben, ja. Achso. No, 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 kommen wir, kommen wir, kommen wir, komm, kommen, komm, komm. Geh weiter, geh weiter, komm, was ist denn, was ist denn? Geh mal den ersten Stock rauf, ich da drumspult be Musi. Ja, ja. Was glaubst du denn du? Ja, komm herauf, ich krei-dje. Na, du machst ja recht, so. Schau's doch grad an. Du, Toni. Hä? Dass wir da vielleicht gleich klare Verhältnisse schaffen, gell? Ja, da bin ich ja schon alle dabei dafür. Glaubt du ja nicht, dass ich so alt und so tappig bin, dass ich nix mehr sehe, gell? Die Augen, die du dem Mädel hingemacht hast, die sprechen Bände. Bände! Ha, geh, dass ich nicht lach. Ach, ich kenn doch die Lisa, grad erst eine halbe Stunde. Hör mal, das Gras wachsen, ha? Tue dich fröh wie ein Bärscherl, gell? Ja, da unterhalt man sich ein paar Minuten mit einem jungen weiblichen Wesen und dann werden einem schon Sachen unterstellt. Also Sachen! Brauchst dich gar nicht so künstlich aufregen. Ich hab dir bloß gesagt, dass ich nicht blöd bin. Ja. Und das Haus war so lang wir da herin leben sauber. Und das bleibt auch sauber. Hast du mich? Also, Anna, was soll denn das? Und ganz ehrlich, das mit dem sauberen Haus ist wahrscheinlich kein persönlicher Verdienst, sondern eher ein Mangel an Gelegenheiten. Da fällt dir gar nichts mehr. Auch so ein frecher Kampi. Was hat er gesagt? Mangel an Gelegenheiten. Also so eine Frechheit ist mir doch überhaupt noch nie passiert. Dabei hat er noch Rest. Und das ist ja das, was mir am allermeisten stinkt. Verstehst du mich? Anna! Was denn? Anna, stell dir vor. Ja. Die Kramerin, die weiß bereits wieder, dass die Lisa bei uns auf Besuch ist. Und bei dieser Quadratratschen weiß es in einer Stunde das ganze Dorf. Ja, und stell dir noch grad du vor. Kaum ist das Mädel jetzt eine Stunde im Haus, macht er ihrer schon schöne Augen hin. Ha! Wer? Der Doni? Ja, freilich. Nein! Ja, und wir es geschäkert haben miteinander. Ist ja nicht zu glauben. Ja! Und jetzt ist er noch beleidigend worden, Anna. Gegen die? Gegen uns zwei. Ach so. Unser Haus ist nur sauber geblieben, aus Mangel an Gelegenheit. So was traut sich der zu mir sagen. Wieso sauber? Wir putzen doch jede Woche. Herrschaft, nein, bist denn du nicht noch blöder, verstehst du mich? Da geht's doch nicht ums Putzen. Ja, wir haben ja nur so dummisch sein können, glaubst du das? Ach so meinst du das? Ja, freilich. Also das ist ja richtig ausgeschäumt. Ja, von dem rede ich ja. Wir haben ihn aufgehoben, haben ihn durchgefuhrt, die ganze Wurst hat er verputzt, verstehst du mich? Alles hat mich am Hütter vorhin reingeschoben. Du, du warst ihn reingeschoben. Ja, ja, du schon auch. Und zum Dank wird das Bürscherl dann noch aufmipfig, oder? Aber weißt du, was du ich sag? Was denn? Er ist halt doch so viel lieb. Weißt du was? Jetzt warten wir einfach die Dinge ab, wie sie sich entwickeln. Das weiß ich jetzt schon, wie sie das alles entwickelt. Warum? Da macht man einmal im Leben eine Wallfahrt. Da kommt da so ein Schlamassel raus. Das Madl, die kriegt natürlich einen, freilich. Und wir, wir schauen wieder mit dem Ofenrohr ins Gebirge, nicht? Ja. Ja, Himmelherrschaft seid nicht. Klopft schon wieder. Sag einmal, was ist denn los bei uns? Wer kann denn das jetzt sein? Schon wieder ein Mannsbild. Ein Mannsbild? Ja. Ja, sag einmal. Na, kennt ihr mich nicht mehr? Nein, weil wir können ja nicht an jeden kennen. Ich bin aber nicht jeder. Nein. Da, schaut mich an. Nein? Jetzt wird es aber Zeit. Ich glaube, irgendwann haben wir uns schon mal gesehen, gell? Das glaube ich schon auch. Ich bin der Thomas. Der Mader Thomas. Der Thomas? Genau der. Ich bin der Resia Witwer, wenn ich das so sagen kann. Auf die haben wir gerade noch gewartet. Aha. Hab ich es mir doch gedacht. Sag einmal, noch ein bisschen später hätte ich nicht kommen können. Was? Ist schon gleich Nacht. Weißt du was? Das ist eine Frechheit. Ja. Und warum? Kommst du überhaupt so schnell da her? Ich meine, wieso bist du schon da? Gell? Da schaut's. Ja, du schon. Nein, die Lisa, das dumme Mädel, meint, sie könnte von ihrem Vater davonlaufen. Als ob sie das brau hat. Mit mir kann man doch reden. Freule. Sie hat überhaupt nicht gespannt, dass ich immer hinter ihr nach bin. Ja, und, dass ich mit dem gleichen Bus wie sie gefahren bin. Nein, da bist du jetzt recht stolz drauf, gell? Mhm. Segen wir. Traurig genug, wenn ein Vater sein Kind nicht einmal schnell nach Amerika rüberfahren lässt. Na, freilich. Das ist ja gleich ums Eck rum. Einen sturen Kopf hat's. Ach, geh, von wem will. Weißt du überhaupt, in was für einem Jahrhundert wir leben, he? Ja, das sieht man ja ganz deutlich bei euch da oben. Und überhaupt. Mit welchem Recht mischt ihr euch den da ein, he? Mit dem Recht der Tanten, bei dem dein Kind Asyl gesucht hat. Asyl? Ja. Also nur ein bisschen geschwollener geht's nicht, he? Jetzt pass auf, jetzt sag dir ich was. Du, du ja nicht frech werden. Weil wir haben zur Zeit ein junges, kräftiges Mannsbild am Hof und ein Schrei von mir und du gehörst der Katz. Also vorsichtig sein. Schau ich so gefährlich aus? Naja, eigentlich eher harmlos. Du gefällst mir. Also jetzt passt's auf, ich mach mir halt bloß Sorgen. So ein junges Mädchen, ganz allein und so weit weg. Mein Gott, nein. Irgendwann fliegen halt einmal die Vogel aus dem Nest, ne? Ja, das weiß ich schon. Ja, ja. Was ist jetzt? Wollt ihr mir jetzt nicht endlich einmal einen Platz anbieten? Nein, nicht unbedingt. Hm? Genau genommen eigentlich gar nicht. Dankeschön. Der Hochschule. So, also, wo ist sie? Sagen wir nicht. Nein, sagen wir nicht. Ich hab Zeit. Irgendwann wird's schon aus irgendeiner Tür rausgekommen. Der wird uns doch nicht bleiben. Was machst du? Na, behalt man einfach. Spitz, ja. Schubst mich nicht. Also, ihr zwei Satzen schon die richtigen. Das wissen wir schon. Und trotzdem kriegen wir keinen Mann. Sagen wir es gerade dran, wir können nicht wissen. Schubst mich halt nicht. Das ist ja wahnsinnig. Ihr zwei Grazieren, wollt ihr mir jetzt nicht endlich einmal was anbieten? Nein. Überhaupt nicht. Dankeschön. Dann nehmen wir halt selber was. Gut, deine Finger weg, ja. Sauber sag ich. Also, wenn ihr jetzt manchmal so behandelt, dass sich zufällig einmal zu euch da heroben verläuft, also dann wundert's mich nicht, dass ihr zwei das waren seid, was ihr jetzt seid. Was? Zwei so alte Juckern. Ach. Ich bin sprachlos. Und mir fehlen die Worte. Zwei so alte Jungfern, hat er gesagt. Ja, das muss man sich sagen lassen. Schon ist recht. Weißt du, was du jetzt sagst? Was denn? Auf den Schreck geh jetzt in mein Bett. Jetzt schon? Ja, mir reicht's. Du, dir teilt's auch nicht schaden. Aber dass du das weißt, heute Nacht schlafe ich in der vorderen Kammer, weil dein Schnarchen nicht schlafe ich in der Vorderen. Gute Nacht. Zelfix! Zelfix doch mal! Ja, du Lustmolch! Schau, dass du weiterkommst! Au! Au, 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 au! Hatte mir eine Watschen gegeben? Ja, so ein... So ein Wieswisch, so ein unglaubliches Wieswisch. Dabei liege ich schon die zweite Nacht auf der Lauer und habe doch das falsche Kammerlfenster. Darf ich? Das ist ja wirklich ein Unglück. Kein Wot. Die Blämmerl, die brauche ich jetzt auch nicht mehr. So, jetzt. Ha, ha, Satan, weiche von mir! Au! Zelfix! Ha, 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 hat mit dir jetzt eine Watschen gegeben, Herrschaftszeiten. Da hab ich mich sauber in der Kammer gehört. Oh, Herrschaftszeiten. Ja, da geht's vielleicht zu. Gute Nacht. Lachen macht das Leben schön, drum lachen wir so gern. Lachen mit uns und du, du singst. Ah, gab's nicht nicht, gab's nicht, gab's nicht, gab's nicht, gab's nicht, gab's nicht, gab's nicht. Ich kann bloß noch sagen, voll der Eife, lasst mitten in der Nacht fremde Mannsbilder bei dir einsteigen. Ah, fürchterlich. Schrei mir doch du nicht so an. Ach, ist doch wahr, auch. Was konnte ich dafür, wenn der bei mir einsteigt? Ich hab ihn ja gar nicht gekannt. Okay. Es war ja stockdunkel. So. Aber das sag ich dir. Dem hab ich eine Watschen gegeben. So. Eine Watschen, dass der auf und davon ist. Danke weiter. Leider. Glaubst du, dass du bist? Da fällt dir überhaupt gar nichts rein. Im Erdboden müsstest du versinken, das sag ich dir. Ja, freilich, du warte zu. Schau mir nicht so frech an. Ich schau, wie ich schau. So schau es aus. Ja, ja, von wegen. Jesus, was ist denn da los? Raus! So. Und jetzt zu dir. Ja. Hast du nicht nach mir sofort auch einen Schrei loslassen, ha? Anna, was hast du mir zu sagen? Ich? Ja. Gar nichts. Was, gar nichts. Das war der Toni. Was? Ja. Dass ich nicht lache. Das war der Toni. Okay, was wollte der Toni bei dir in der... Bei dir? Ah? Moment einmal. Ah? Mir geht ein Licht auf. Okay. Wir zwei haben ja heute Nacht die Kammern getauscht. Der Toni wollte ja zu mir. Tiefkass. Das hättest du wohl gern, gell? Meint, so Madl wird er halt wollen haben. Die Türen sind doch genau nebeneinander, oder? Jetzt passen wir auf. Jetzt tue ich mal ganz langsam. Ja. Irgendwas stimmt da nicht. Mir geht schon wieder Licht auf. Ja, wird's hell. Ein ganzer Scheinwerfer. Ja, dieser Unhold, der heute Nacht bei mir in die Kammer eingestiegen ist, der wollte ja zu dir. Aber, 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 aber. Anna. Gell, gell, gell. Ja, da deren sich ja Abgründe auf. Gell, was redest du denn da? Ich kenn ja gar keinen. Was? Außer... Ja, außer, hä? Hört's? Nein, da liegen Blumen. Tschau. Hi. Nein, das sind bestimmt meine Blumen. Nein, die kam mir. Es ist von den Blumen auch schon wieder. Das gab's nicht mehr. Oh nein, mein Gott. Mein Gott, sag mal, warum laufst du mir die ganze Zeit nach? Immer bis grad da, wo ich auch bin. Mei, vielleicht bin ich so dumm und merk das nicht, dass du mir aus dem Weg gehst. Du, ähm, Lisa, ich muss dir was erzählen, weil mir ist heute Nacht was Sautums passiert. Ah, okay. Ja, ich wollte zu dir bloß ein bisschen ratschen, ehrlich. Aber dann, dann bin ich außersehen in die Kammer von der Moni rein und da ist auch noch die Anna drin gelegen. Was bist du? Ja. Na, Doni, und ich hab nur gemeint, die Herr werden schreien. Was machst denn du für Sachen? Ja, mei, die Türen sind in dem Haus doch so nah beinand und so gut kenne ich mich doch auch noch nicht aus. Na. Mei, ich wollte doch bloß ein bisschen bei dir sein. Das ist so schlimm. Ja, schlimm ist das nicht, aber wenn du das der Anna erklären möchtest, dass du mitten in der Nacht bei ihr in der Kammer gestanden bist, na, du bist mir vielleicht einer. Geh. Doni, schau, ich bin doch wahrscheinlich bald wieder weg. Vielleicht sogar in Amerika. Ja, da komm ich mit. Geh, hör doch auf, du Spinner. Na, wirklich, Lisa, mir heute im Moment gar nichts, glaub mir's. Ja, aber wenn du meine Zuneigung, ja, so leichtfertig ausschlagst, ja, da könnte's leicht sein, dass du mal so endest wie die arme Anna und die arme Moni. Boah. Boah. Also das ist voll jetzt echt gemein, gell? Logisch. Ich bin ja auch ein durch und durch gemeiner Mensch. Hast du das noch nie gespannt? Ja, ja, gespannt hab ich schon was, aber was das jetzt genau ist, da... Ich glaub, da gibt's sogar ein Wort dafür. Liebe. Ja, Liebe, das sagt sie jetzt so leicht. Ja, da schau her. Das ist ja der Toni. Ja. War was los? Was? Nein, nein, nix Bestimmtes, der war nur so, wegen... Ach so, 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 so. So, so. Geht's, so, Madl. Glaubst du, ich hab keine Augen im Kopf, ha? Schau. Ich möchte doch einfach nur, dass du ein bisschen vorsichtig bist. Ja, Tante. Weil was, heut Nacht, na, das sag ich dir lieber nicht. Das ist ja nicht. Aber das sag ich dir. Na, das sag ich dir lieber auch nicht. Tante Moni. Ich weiß schon, du meinst es grad gut, aber das wird schon alles recht, ha? Lass das sehen. Mei. Ich bin geküsst worden. So ein Liebsmadl. Wo ist der Liebsmadl? Du schon wieder. Na, da steh ich. Oder bist blind, ha? Komm, geh weiter, bring die Semmeln rein. Alles klar. Da sind die Bröder. Danke. Und jetzt, jetzt fahrst du mit deinem Fahrrad runter und holst nochmal sechs Semmeln. Das bin ich. Ja, geh weiter, regn jetzt. Los, fahren wir. Schau ich vielleicht aus, wie wenn ich geisteskrank wäre, ha? Ich soll den Berg nochmal runterradeln und dann wieder rauf, will ich ja sechs Semmeln. Warum braucht ihr eigentlich jeden Tag noch mehr Semmeln? Das war ja schon sehr komisch. Ob das jetzt komisch ist oder nicht, das geht dich eigentlich gar nichts an. Los, geh mal. Wenn es mir nichts angeht, dann brauche ich es ja auch nicht holen. Ich lasse mich doch von euch nicht ausbeuten. Von einem Jugendbäckersgesellschaften, Schutzgesetz, habt ihr noch nie was gehört, ha? Morgen bring ich sechs Semmeln mehr, aber heute gibt es nichts mehr. Ade. Halt, 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 Birscherl, da bleibst. Also diese Frechheit, die zahle ich dir nochmal heim, das sag ich dir. So, da schau her. Da hast du jetzt fünf Euro und der Rest ist für dich als Trinkgeld. Na, bringst du uns jetzt die Semmeln? Mit einem anständigen Trinkgeld schaut die Sache natürlich von Grund auf ganz anders aus. Ja, 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 schon klar. Warum nicht gleich vernünftig mit den Leuten reden, ha? Bin gleich wieder da. Ja, sehr gut. Und, nein, also diesen Mundwerk bin nicht einmal ich gewachsen. Aber neugierig bin ich, wie lange der Thomas noch bei uns bleibt. Ich habe also keine Lust, dass ich den jetzt auch noch bediene. Wo sind wir denn? Wir sind noch nicht hier in der Fremdenpension. Das heißt, eigentlich sollte ich mir den mal genauer anschauen. Wen denn? Also dich ganz bestimmt nicht. So, eigentlich schade. Weil ich habe den nämlich schon genauer angeschaut. So. Da drauf ist aber gepiffen. Gut. Wenn du meinst. Jetzt würde ich aber doch ganz gerne einmal mit meiner Tochter reden. Ich hoffe, sie auch mit dir, geht so, Thomas. Glaubst du denn du, dass deine Tochter bis zu deinem Lebensende bei dir zu Hause sitzt und dort Handtel halten, ha? Warum hast denn du eigentlich nicht mehr geheiratet? Weil, ich meine, sie werden es ja auch einmal machen. Ja, mei, die Richtige ist nach der Resi nicht mehr gekommen. Ach so? Mhm. Dann musst du halt beim Bäcker eine backen lassen. Ja, und was ist mit dir? Wieso? Ich meine, mit euch zwei. Ähm, warum? Ja, jetzt sind wir ein bisschen geschleckert, ha? Geschleckert? Ja, schau her. Jetzt waren wir plötzlich geschleckert. Heikel. Und außerdem, in unserem Alter, da läuft ja sowieso bloß Ausschuss rum. Dankeschön. Also als Ausschuss würde ich mich jetzt nicht gerade bezeichnen. Naja, zur Not geht's. Also du gefällst mir. Ja, lass du dir doch einen backen. Oder vielleicht könntest du ja doch mit einem Exemplar zufrieden sein, das schon da, ich meine, quasi schon gebacken ist. Also, gell, du, schau mich du nicht so eindeutig, zweideutig an. Das bin ich nämlich nicht gewöhnt. Eigentlich bin ich auch froh, dass die Lisa zu euch, ich meine, zu dir gegangen ist. Ähm, ähm, ähm. Hat auch das zu sein müssen, das mit der Lisa. Ja, ich meine, dass ich gerade jetzt den Weg zu euch daher finde. Was, Thomas? Hm? Jetzt wohn ich gleich. Die Brüder sind da oben. Öha. Störe ich? Nein, du störst überhaupt nicht. Das, äh, das ist mein Schwager, der Marder, Thomas. Alles klar. Hat ja gerade ganz verwandtschaftlich ausgeschaut. In dem Haus wird die tägliche Semmellieferung direkt zum Erlebnis. Servus. Servus. Herr Schwager. Schau, dass du rauskommst. So, jetzt haben wir's. Was? Jetzt haben wir den Salat. In einer Stunde, weißt du, das ganze Dorf, dass ich in deinem Artenkling bin. Also. Ja, und mein ganzer untadeliger Ruf ist im Eimer. Also, ich find das jetzt nicht so schlimm. Grüß dich, Papa. Ja, grüß dich, du Ausreisterin. Ja, ich glaube, ich schau mal nach dem Kaffee, gell? Und, Papa? Jetzt fragst du mich. Verschwinst einfach, ohne mit mir zu reden. Papa. Ich hab doch wirklich hundertmal probiert mit dir zum Rennen. Aber, wenn ich was von Amerika gesagt hab, dann hast du mir einfach nicht mehr zugehört. Ja, verstehst du denn das nicht? Dass ich einfach nur Angst hab. Mein einziges Kind, so weit weg. Ja, wenn ich mit dir mitfliegen tät. Nein, nein, Papa, bitte. Das tust du mir bitte schon nicht, okay? Papa, schau, du brauchst doch keine Angst nicht haben. Ich komm doch wieder zurück. Ja, und wenn du da drüben irgendeinen amerikanischen Armee kennenlernst, könnte er sein. Papa, und was du jetzt wieder denkst? Nein, nein, keine Angst. Ich such mir schon den Herr Römer. Ist jetzt alles wieder okay zwischen uns? Herr Weißle, ich muss mich halt erst an die neue Situation gewöhnen. Ja, das wird schon. Papa, geh her. Ist das schön? Guck mal, schmei, da ist der Kaffee. Das denkst du doch selber, stell ihn doch einfach hin, du Verräterin, du. Das ist wieder gut, hab's Glück. Toni, Kaffee? Wollt grad kommen. Dankeschön. Dankeschön. Ah, und Siemens sind auch schon da. Ja, die haben mich auch heute 5 Euro gekostet. Aber für euch ist mir gar nichts zu viel. So, mein Anna, sag einmal, ist das nicht schön? So viel Leid, waren wir schon lange nicht mehr beim Frühstück, gell? Geht schon. Sag einmal, Toni. Hä? Hast du mir nichts zu sagen? Ich. Ja, du. Wieso? Anfragen musst du auch noch. Äh, du meinst wegen heute Nacht. Ja, ja, das tut mir leid, gell. Das war so, ich wollte aufs Klo, gell. Aha. Und Licht wollte ich keins machen. Und dann habe ich in dem Finsternäck die Türen verwechselt. So, so. Du wolltest aufs Klo. Ja. Nur eigenartig, gell, dass bei uns die Klo-Türe auf der anderen Seite vom Gang ist. Allerdings, ähm, die Zimmertüre neben der Anna ist die von der Lisa. Das heißt, also heute Nacht war ja die Anna neben, weil ich bei der Anna, weil die Anna, sag, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Dann halt einfach einmal deine Pappen. Es geht halt nichts über ein harmonisches Familienleben, gell? Toni, jetzt hat mich da. Ist mir da irgendwas entgangen? Um was geht es denn da eigentlich? Das wird der Toni schon wissen. Ja, ich weiß bloß, das eine wundert die Nedmader, wenn, wenn, ja, ich meine, die Lisa, die braucht halt noch ein bisserl Zeit zum Überlegen. Ah, was du alles schon wieder weißt, he? Ja gut, Leute, dann geh ich jetzt, äh, zum Überlegen, gell? Du, äh, was hat's denn jetzt? Lauf jeder nach, jetzt seid's nur allein. Nein, das tue ich nicht. Lisa find's schon zu mir, wenn's so sein soll. Gut, dann bleibst du. Ja. Nein, wurscht. Mein Thomas, schau's du blöd. So, ich hab eine Arbeit. Die Rumsitzerei, die taugt nix, gell? Ja, ähm, du hast recht, ich glaube, ich geh auch wieder in Küche. Ja, was habt's denn jetzt? Was stellst du denn jetzt alle auf? Seid's doch noch gar nicht fertig. Eine Arbeit haben wir, das hab ich dir doch gerade gesagt, oder? Und jetzt ist ja alles in Ordnung, jetzt braucht man uns ja nimmer. Du, nicht hast ja. Jetzt sind ja wir überflüssig. Ne? So, und ich geh jetzt an, äh, und du, schau nicht so, wie ein Schweiberl, wenn's blitzt. Mein Gott, und versteh, du hast du wirklich gar nix. Ja, dann erklär's mir halt. Du, ich muss dir auch noch was erklären. Oh, mein, oh, mein. Dass die Weiberleute alle miteinander so kompliziert sind. Dabei ist doch alles so einfach. Ja, kann's zumindest sein. So was. Also, mir. Mir haben die zwei Schwestern erzählt, dass sie so einsam sind da herum. Weil, dabei geht's dazu wie am Bahnhof. Da ist einer an eurer Haustür. Aber, wenn ihr euch jetzt einbildet, dass ich nun mal Brödler holen geh, dann habt ihr euch brennt. Ja, jetzt macht ihr euch nicht so wichtig. Macht ihr halt du nicht so wichtig? Bist grad erst mal ein paar Tage da. Da darfst du schon große Töne spucken. Ich hab schließlich die älteren Rechte, dass das klar ist. Und vielleicht magst du jetzt endlich mal die Tür auf. Das ist nämlich ein ganz einschüchterner. Ja. Und außerdem will derjenige gar nicht zu dir, sondern zu einem der holten Weiblichkeiten. Der will jetzt sein. Ja, Zeitwärts. Grüß Gott. Grüß Gott beieinander. Grüß Gott. Geh mal her. Ja. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, ob ich da richtig bin oder nicht. Ja. Aber ich glaub schon. Da sind schon richtig. Das glaub ich auch. Ich tu halt du einmal deinen Kopf raus. Dann zieh und ich hör ja nix mehr. Jetzt schleicht die Kunde. Entschuldigens, gell. Ja, wo bin ich jetzt eigentlich wieder stehen geblieben? Da vorn. Nein, nein, ich mein, was wollte ich sagen? Ach so. Ach so, jetzt weiß ich's wieder. Ja, die Sache ist nicht ganz einfach, weißt. Ja, ne. Jetzt hat's ihn geschmissen. Also, eins weiß ich ganz genau. Zwei Schwestern waren's. Ja, ja. Und das stimmt schon einmal. Siehst du das? Ich hab also im ganzen Ort umeinander gefragt. Und da hat man mir gesagt, dass der Herr Robben die einzigen, zwei ledigen Schwestern vom ganzen Ort wohnen. Ja, ja, drum, drum war ich ja auch schon einmal da, nicht? Was? Ja, bei der Nacht. Gell, was Sie nicht sagen. Ja, ich bin ja halber den Arisch geworden, vor Latter Suchereien. Ich hab ja schon gemeint, ich hab ja schon gemeint, dass ich bis zum jüngsten Tag unterwegs bin. Und dann brauch ich ja auch keine Frau mehr, nicht? Ja, schon. Aber welche von den zwei Damen, meinen Sie denn jetzt eigentlich? Ja, das weiß ich schon ganz genau, nicht? Herr Freire. Also, das, so stattliche war's halt, nicht? Nein, nein, so, so, nicht? Ja, wie sollte ich Ihnen das sagen? Darum bin ich ja auch auf der Lauer gelegen, nicht? Heimlich, nicht? Ja. Heimlich. Ja, ja. Ja, hast du verstanden? Ja. Digga, da kann man, nicht? Ja. Ich wollte ja doch die Blumen, die Blumen, die selber gepflückten, bringen, nicht? Was? Bei der Nacht? Ja, freilich, bei der Nacht. Am Tag hab ich mir doch nicht traut, nicht? So. Ja. Aber ich muss ja irgendwas verwechselt haben, nicht? Ja. Ja, wahrscheinlich als Kammerfenster. Ja, genau. Weil es ja doch so finster war, nicht? Weil die Watschen, die, wo ich gekriegt hab, nicht? Ich hab ja am Schluss gar nicht mehr gewusst, wer ich eigentlich bin. Ja, das kenn ich, ja. Da lauf ich endlich nach Jahren an ein weibliches Wesen hin, die, wo mir gefällt, nicht? Und von der ich glaub, dass sie auch zu mir passt. Dass ich mein, der Blitz, schuh, hat mich gestraft. Was? Der Blitz, schuh, hat mich gestriffen. Ah. Ja. Ja, und schon verliere ich's wieder aus die Augen, nicht? Ja, ja, also, jetzt beruhigen Sie einen, hock das ja nicht hin. Ja, ja. Weil nach Ihrer bildlichen Beschreibung kann sich's ja eigentlich nur um eine handeln. Anna! Ja? Geh einmal hinaus, du hast einen Besuch. Schubiner! Schick ihn fort, hab keine Lust und keine Zeit. Die liebliche Stimme kommt mir bekannt vor. Ja, so, ja. Ja, so. Wenn das so ist, dann bin ja ich jetzt überflüssig. Ja, ja, ist schon gut, ist schon gut. Äh. Sag einmal, ich hab mir denn da herum überhaupt keine Ruhe heute. Was ist denn da los? Ah, hallo. Uh, uh, uh. Ich bin's, kennst mich noch, hä? Ja, Sie trauen Ihnen noch da rauf. Ach, so eine Unverschämtheit ist mir doch überhaupt noch nie passiert. Sich den Bauch vollschlagen und mich dann mit der ganzen Zeche sitzen lassen. Mei, das war halt eine saublöde Geschichte, wenn ich Ihnen das vielleicht erklären dürfte. Nein, das dürfen Sie nicht. Und es interessiert mich auch gar nicht. Zeihen Sie das, was Sie verdruckt haben und dann verdrucken Sie ihn ja wieder, ja? Gesangst doch bitte nicht so nahisch böse. Ich hab doch wirklich nichts dafür können, verstehen Sie? Nein, ich verstehe absolut gar nichts. Mei, dann, 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 dann zahle ich halt die Zeche, nicht? Das war gut. Wie viel hat es denn gemacht? 50 Euro hab ich bezahlt. 50 Euro? Ja, und davon haben Sie 40 verfressen. Ja, gut, also auf die 50 Euro kommt's mir nicht auf ein. Ja, dann ist es richtig. Die zahl ich einer. Mei, wenn Sie wüssten, Fräulein Anna. Was ich gelitten hab, nicht? Halbert Narrisch bin ich geworden vor lauter Unglück. Ja, ich auch. Und zwar vor lauter Wut, wie noch grad ein einzelner Mensch so unverschämt sein kann. Ich begreif sowas überhaupt gar nicht auch. Aber ich war doch so unglücklich, weil Sie nicht mehr da waren. Ja, glauben denn Sie, ich sitz mich hin und wart zwei Stunden. Nein, 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 nein. So nötig hab ich's dann auch wieder nicht, gell? Das Geld? Ach, schmarrn. Und so schön kann ich überhaupt kein Mannsbild sein, dass ich länger wie eine halbe Stunde warte. Und so schön sind Sie auch wieder nicht. Ja, das langt, dann kann ich ja eigentlich gleich wieder gehen. Und ich hab schon geglaubt, dass die Wahlfahrt nicht ganz umsonst war. Dann war's halt wieder mal auch nix. Was denn für eine Wahlfahrt? Ja, wir zwei haben doch die Wahlfahrt aus dem gleichen Grund gemacht, oder nicht? Wahlfahrt? Haha, dass ich nicht lache. Ich wollt halt einmal wieder andere Leute sein, nicht? Das haben Sie aber vor ein paar Tagen ganz anders gesagt, Fräulein Anna. Hört's bloß mit dem Fräulein Anna auf, diesen komischen Ton, der Zirk immer bei mir. Wo ich doch erst letzte Nacht da war, mit den Blumen selbst gepflückt. Hä? Ja, freilich, das war doch ich, nicht? Aber ich muss ja irgendwas verwechselt haben, weil die Watschen, die ich wohl gekriegt hab, das war's gewiss, nicht du. Du wolltest halt Nacht bei mir einsteigen. Ja? Dass ich das noch erleben darf, mein Gott. Anna, wenn du wüsstest, was ich gelitten hab, das ist die Richtige, hab ich mir gesagt. So schön hab ich mir alles ausgemalt gehabt, nicht? Und wir waren uns doch eigentlich auch schon so gut wie einig, oder? Ja, und da bist du auf und davon gelaufen. Der Kellner, der hat vielleicht so gegrinst, weil einmal wieder so eine alte Jungfrau sitzen blieben ist, verstehst du? Geh, Anna, Anna, lass uns halt jetzt die zarten Bande unserer Beziehung wieder neu knöpfen. Was nicht? Ich meine knüpfen. Und lass dir endlich erklären, wie das Ganze hat eigentlich passieren können, nicht? Also das war so, ich hab doch aufs Häusl müssen, nicht? Ja, und auf dem Weg dorthin, nicht? Da komm ich an einem Tisch vorbei und da sitzen ein paar Spätzchen vor mir, nicht? Die wollten schon gerade aufbrechen, wollten gerade gehen, nicht? Aber die haben mich dann noch begrüßt mit einem riesigen Hallo und einem Geschreuer und haben mich umarmt und wieder begrüßt und geschreut und haben mich überhaupt nicht mehr ausgelassen, nicht? Und bevor ich mich überhaupt umgeschaut habe, da bin ich schon in einem Bus drin gesessen. Ja, und der Bus, der ist auch sofort losgefahren, nicht? Ja, ja. Halbert Narres bin ich geworden vor lauter Unglück, nicht? Ja, ja, ja. Und deswegen wollt ihr zu mir bei der Nacht? Ja, ja, freilich bei der Nacht mit den Blämmern, mit den Blumen selbst gepflückt. Ich schwöre, bei der heiligen Jungfrau Maria, zu der wir die Wahlfahrt gemacht haben, ich habe doch nicht im Entferntesten ahnen können, dass akkurat im entscheidendsten Moment meines Lebens diese zwei, drei Deppen daherkommen und mich mitzahren, nicht? Ich war denen ja praktisch wehrlos ausgeliefert, nicht? Wirklich glaubt man heute. Halbert Narres bist du, wenn ich weiß, ja. Ja, ja. Ja, ja. Dann freust du dich jetzt also, dass ich da bin, gell? Ja. Sag mal halt, dass du dich freust. Wo ich mich doch auch so freue. Frag doch nicht. Freilich freue ich mich, weil es dir so nett was zu mir geht. Nein, und dann war ich so unglücklich. Ja, aber nicht unglücklicher wie ich. Schau, Annel, schau, schau. Was will ich denn noch vom Leben? Schau, ein bisschen erwärmen, ein bisschen leer. Wird einfach nicht mehr allein sein, nicht? Ja, willst du das denn nicht auch? Ich wollte mein ganzes Leben noch nie was anderes. Dann kommst du also mit auf meinen Hof, gell? Ja, Adi. Ich geh mit dir. Anna, geh her zu mir. Das freut mich aber nicht. Das ist aber schön. Anna, da gibt's eine Neuigkeit, die haut dich um. So. Ja, was will denn der da? Ja, du Zechbreller, du. Peck dich nicht auf. Ein Watschen hast du ihm schon gegeben und damit ist alles gut. Ein Watschen? Ja. Ich? Du, ja. Ja, Moment. Aber dann war der heute Nacht in meiner Kammer? Ja. So, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Muss da nicht. Naja, und jetzt? Und? Verstehst du das? Ja, ich hab da so eine Ahnung. So? Geh. Denk doch an uns zwei. Ah, geh. Reden wir nicht mehr lange um einen Hand. Die Anna und ich, wir bleiben beieinander. Und da wird sich schon herausstellen, ob wir zusammenpassen oder nicht. Geh, Anderen. Also siehst du, die Wahlfahrt war nicht umsonst, gell? Gott sei Dank. Ich hab mir nämlich schon solche Sorgen gemacht, wie ich dir jetzt schonend beibringe, dass ich dich allein lassen muss. Du mögst mich allein lassen, wieso? Gehst du weg? Ja, mit mir. Die Moni und ich. Wir sind uns einig geworden. Ja. Ja, dann haben wir zwei über Nacht Männer gekriegt. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha Lisa, glaubst du, dass wir jetzt endlich, dass wir zwei füreinander bestimmt sind? Wir kennen uns doch erst seit ein paar Tagen, hm? Ja und? So was soll ja manchmal kommen wie eine Naturkatastrophe, sagt man. Sagt man? Und du meinst, du bist meine Naturkatastrophe? Toni Schauk, ich mag dich, aber du weißt doch, dass ich in ein paar Wochen nach Amerika fliege. Mei, ich hab's dir doch schon mal gesagt, da komm ich mit. Lisa, ich hab nun nie bei Madl so viel reden müssen wie bei dir. Wenn das so weitergeht, dann red ich in meinem Mund noch franzig, bevor wir... Da sind's ja! Ja, da sind's ja! Ja und wir suchen überall, ne? Ja und wir suchen's überall, ne? Anna! Merkst du was? Unsere zwei Männer reden uns schon alles nach. Das werden ja doch hoffentlich nicht bleiben. Naja, und jetzt? Papa, weißt du schon, der Toni, der fliegt mit mir nach Amerika. Ja. Was sagst du? Naja, Hauptsache ihr zwei seid so kleinig. Aber ihr kommt schon wieder heim, gell? Freilie Papa. Freilie Papa! Nein, Adi, schau, ist das nicht schön, Herr? Ja, so schön schon. Ich bin überwältigt. Und ich bin erst überwältigt. Es schlägt der Fink. Es schlägt die Wachtel. Komm an mein Herz, du alte Schachtel. So schaut dieser Ausstand der Jungfrauen an. Also aus, was so ein paar Erbsen doch für eine Wirkung haben können. Aber ich such Ihnen was. Wenn ich groß bin, probiere ich das auch einmal. Aber wissen Sie was? Ich nehme lieber Bohnen. Um, 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 um. Vielen Dank. Applaus